Mit Krebs-Imitaten auf Großbarsch, die Creature Bait Starterbox macht es möglich und diese Top-Finesse-Montagen solltest du kennen. Ich liebe einfach Shebus in Kombination mit Creature Baits, eine absolute Geheimwaffe auf Barsch, hat mir schon wirklich viele, viele Fische beschert. Ich mag einfach die Flexibilität, die zwischen dem Offset-Haken und dem Bleikopf entsteht und natürlich bekommt ihr alle Bestandteile, die ihr dafür benötigt mit der Starterbox. Alles in allem perfekt, um mit der Shebu-Angelei zu beginnen. Dadurch, dass bei dieser Montage der Haken so schön eng am Köder anliegt, könnt ihr natürlich auch perfekt in krautreichen Gegenden angeln. Die zweite Montage ist natürlich eine der absolut populärsten Montagen, das Dropshot-Rick. Angel ich immer wieder gerne, auch hier könnt ihr unsere Creature Baits einsetzen mit einem ganz einfachen Nose-Hook, das reicht aus. Wie üblich bei der Dropshot-Montage unten dann das Blei. Der Abstand zwischen Blei und Haken sollte von euch variantenreich gewählt werden, um herauszufinden, wo die Fische stehen. Ja, ist natürlich kein Riese, der erste Fisch heute, aber schöne Farbe hat er und Dropshot sollte dann mal liefern. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wenn die Fische verbossenen ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020